Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend bei Geliebt und Verdrängt, der großen Resuspektive zum BRD-Kino von 1949 bis 1963. Und heute ist auch ein weiterer Autor des Katalogs, den man oben erwerben kann, anwesend, nämlich Fabian Schmidt, der studierter Soziologe ist und dann aber in der Praxis zum Tongestalter wurde und zuletzt zum Beispiel Toni Erdmann, der die Tongestaltung gemacht hat und der in dem Katalog mitgearbeitet hat und im Katalog einen Text über Frank Wiesbauer, ein Essay beigetragen hat und deswegen war es natürlich naheliegend, ihn einzuladen heute für einen Film von Frank Wiesbauer, den wir zeigen. Barbara, wild wie das Meer, wie doch der Untertitel lautet und ja, ich freue mich, dass Fabian Schmidt heute bei uns ist. Guten Abend. Ja, schön, dass viele gekommen sind. Ich werde mal ein bisschen was zum Film erzählen und versuchen, ihn so ein bisschen einzuführen. Barbara, wild wie das Meer, der Titel, ja. Barbara, wild wie das Meer wurde im Sommer 61 teils in den dänischen Palladium-Studios in Hellerup am Öresund gedreht und teils auf den Faria-Inseln. Das Drehbuch stammt von Günter Weisenborn, anders als überall steht, es steht überall Christian Munk, aber das ist ein Pseudonym, was er verwendet hat. Als Vorlage diente der 1939 posthum veröffentlichte Roman Barbara von Jürgen Franz Jakobsen, der damals in einer Rowoll-Taschenbuch-Ausgabe unter dem Titel Barbara und die Männer auf Deutsch übersetzt vorlag. Barbara ist Jakobsens erfolgreichstes Buch, es ist auch genau genommen sein einziges Buch. Also er hat noch eine ganze Reihe Essays geschrieben, aber nur einen Roman und den hat er auch nicht mehr zu Lebzeiten beenden können, jedenfalls ist er als Fragment veröffentlicht worden. Er ist ziemlich überraschend mit 37 Jahren 1938 verstorben und das Buch ist aber ziemlich eingeschlagen, inzwischen in 15 Sprachen übersetzt und war auch damals nach der Veröffentlichung recht erfolgreich, ist glaube ich sogar zum ersten Mal 1940 in Deutschland übersetzt erschienen. Und Wispas Connection dazu sozusagen ist, glaube ich, dass 1958 von William Heinesen die Briefe von Jakobsen veröffentlicht worden sind und in denen schreibt Jakobsen auch über seine Arbeit am Roman und verbindet das mit einer unerfüllten Liebe zu seiner Cousine, die in seinen Briefen immer unter dem Pseudonym Barbara genannt wird. Und diese Cousine lebt zu Zeiten der Dreharbeiten 61 sogar noch und es gibt ein kurzes Interview mit Wispas, wo er sich darauf bezieht und sehr eindeutig halt feststellt, dass ihn vor allem dieser aktuelle Bezug daran interessiert, dass also Jakobsen sich da auf jemanden bezieht aus den 50ern, aus den 30ern und das ist auch einer der Gründe, warum Wispas den Film wahrscheinlich dann in die 50er Jahre verlagert hat. Die Handlung des Romans ist nämlich im 17. Jahrhundert. Damals bekannteste Schauspielerin war sicher die Hauptrolle Barbara, gespielt von Harriet Anderson, geboren 32 in Stockholm, beim Dreh also 28 Jahre alt. Anderson hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine erfolgreiche Karriere hinter sich, da sie schon als junge Frau eine Reihe Filme mit Ingmar Bergmann gedreht hatte. Mit ihrem Debüt, Die Zeit mit Monika, hatte sie 53 einen kleinen Skandal ausgelöst und mit Das Lächeln einer Sommernacht 55 bereits ein ihrer größten Erfolge mit Bergmann hinter sich. Sie war damals also bereits ein Star, was für die weitere Beurteilung des Films nicht ganz unwichtig ist. Anderson muss man da hinzufügen, ist leider in der Fassung, die wir heute Abend sehen werden und in der deutschen Fassung überhaupt deutsch synchronisiert. Darüber hinaus erwähnenswert sind Helmut Griem, der im vorherigen Film von Wispa, Fabrik der Offiziere, die Hauptrolle gespielt hatte, sowie Hans von Borgudi und Maria Sebald. Das bekannteste Gesicht des Teams am Set war sicher Klaus von Rautenfeld. Er war damals vielen noch ein Begriff als Kameramann der frühen Bergfilme von Louis Trenker in den 30er Jahren. Er ist neben Karl Lange als Amtmann Heide der einzige, der durchgehend lobende Erwähnung in den Kritiken erhält. Und dann natürlich erwähnenswert noch Frank Wispa, der Regisseur. Barbara ist einer der letzten Kinofilme Wispa. Er hat nach vor seinem Tod 67 nur noch zwei weitere gedreht. Maschier und Krepier 62 und Durchbruch Lok 234, beide nicht mehr so sehr bekannt. Maschier und Krepier, vielleicht noch erwähnenswert, ist immerhin ein Kriegsfilm mit Stuart Granger in der Hauptrolle, der auch in England nicht ganz unbekannt ist, aber in Deutschland, glaube ich, nicht mehr wirklich erinnert wird. Zu Wispas, bitte? Ja? Maschier und Krepier? Der Stuart Granger ist bekannt, na klar, aber Maschier und Krepier ist nicht bekannt, der Film von Wispa. Wispa hatte ab 32 in Deutschland als Regisseur eine ganze Reihe recht erfolgreicher Filme gedreht, war 38 seiner jüdischen Ehefrau und den beiden Töchtern in die USA gefolgt und hatte dort nach einigen Schwierigkeiten im neu entstehenden Fernsehmarkt TV und TV-Filme und Fernsehshows produziert. Er war 56 und hat nach Deutschland zurückgekehrt und hatte mit einer Reihe von Kinofilmen über den Zweiten Weltkrieg erheblichen Erfolg. Das waren, kennen Sie wahrscheinlich, Haie und kleine Fische, Hunde wollte ewig leben, nasse Asphalt und Nacht viel über guten Hafen. Mit Barbara kehrt Wispa thematisch wieder zu seinen Filmen aus den 30er Jahren zurück, die sich ebenfalls alle um weibliche Heldinnen drehten. Und er arbeitet zum ersten Mal seit seiner Flucht 38 wieder mit einem richtigen Star. Man muss Barbara als Wispas Versuch verstehen, auf die bereits erreichten Erfolge aufzubauen und darüber hinaus zu gehen. Es ist verführerisch aus heutiger Sicht den geringen Erfolg des Vorgängerfilms, also Fabrik der Offiziere, um als Anzeichen und Barbara als Bestätigung der absteigenden Kurve in Wispas Karriere zu verstehen, aber aus damaliger Sicht standen Wispa noch alle Türen offen und Barbara war ein vielversprechendes Projekt, an das von allen Seiten große Hoffnung geknüpft wurden. Noch im September 61 berichtete der Tagesspiegel darüber, dass Barbara als erste dänisch-synchronisierte deutsche Produktion geplant sei und in der Tat ist der Film 62 in Dänemark angelaufen. 63 gab es einen weiteren Kinostart in den USA und abgesehen von einer mir bekannten Fernsehausstrahlung ist Barbara 2013 dann noch in Nürnberg auf dem Hofbauer-Kongress ausgelaufen und hat dort zum ersten Mal in seiner Laufbahn, soweit ich weiß, jedenfalls positive Kritiken bekommen. Was mir noch aufgefallen ist, der TV-Mitschnitt von Kabel 1, der mir zur Sichtung vorlag, hat einen französischen Vorspann, allerdings mit dem deutschen Titel, was auf eine untertitelte französische Fassung hinweist. Also eine französische Fassung hinweist. Es wäre also denkbar, dass der Film auch noch in Frankreich gelaufen ist. Das ist aber eine Geschichte, die nicht überliefert ist bisher. Und man kann den Film immerhin zurzeit bei Amazon Video für 7,99 Euro online angucken. In einer eher schlechten Abtastung leider. Als Arbeitstitel wählte Wispa Barbara von den Inseln. Die Premiere fand allerdings unter dem reißerischeren Titel Barbara wild wie das Meer in Bielefeld am 28.11.61 statt. Immerhin in Gegenwart von Regie und Hauptdarstellern, aber eben nicht in Berlin oder Hamburg oder München, wie man es von einem größeren Film vielleicht erwartet hätte. Das heißt, der Verleih hatte wahrscheinlich halt zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so richtig das Vertrauen in den Film. Und das spiegelt sich auch in den Kritiken wieder. Es gibt wenige Kritiken. Also ich glaube, ich habe insgesamt 35 gefunden. Das ist für so einen Wispa-Film aus der Zeit eher wenig. Also die meisten von den erfolgreichen Filmen davor haben etwa doppelt so viele Kritiken. Und diese Kritiken sind durchgehend negativ. Ein Höhepunkt oder Tiefpunkt ist der Jugendentscheid der Landesbildstelle, der die höchste Altersbeschränkung verhängte. Ab 18 begründet wurde dies damit, dass der Film, Zitat, eine im Prinzip lymphomanische Person in einer sexfixierten Inselgesellschaft unkritisch darstelle. Also laut Landesbildstelle sind die zentralen Themen des Films also Nymphomanie und Einsamkeit auf einer Insel. Allerdings die schlechten Kritiken stehen in einem gewissen Widerspruch zur Länge der Aufführungszeit. Während bei Wispas erfolgreicheren Filmen die Kritiken über einen Zeitraum von maximal drei Monaten gestreut sind, finden wir für Barbara Kritiken noch mehr als ein Jahr nach der Premiere. Anscheinend ist der Film also doch auf ein gewisses Interesse gestoßen. Also wahrscheinlich wegen der Kritiken, ehrlich gesagt. Immerhin eine positive Stimme gibt es. Ein Bericht vom Dreh vom September 61 im Tagesspiegel. Hier wird Wispa zitiert, wie er Barbara in eine Reihe mit seinen 30er Jahre Filmen stellt, die fast durchgängig Dramen mit weiblichen Hauptrollen waren. Und es werden immerhin alle seine Größe und Filme genannt. Auch das Drehbuch von Günter Weisenborn war dem Autor bekannt und wird als gute Umsetzung des Romans gelobt. Das, was die Kritik dann später an den Filmen so aufgebracht hat, das ist dann offenbar dem Drehbuch noch nicht anzusehen gewesen. Die Frage ist, was hat es mit den Kritiken auf sich? Ist der Film wirklich misslungen oder liegt es einfach nur an der Zeit, in der er herausgekommen ist? Warum hat Wispa die Barbara so unterkühlt angelegt, was in den Kritiken immer wieder bemängelt wird? Und woher stammt die Aufregung über die Unmoral des Films? Dass Wispa den Roman falsch verstanden hat, was hier und da anklingt, oder gar Barbara aus Versehen zu kühl angelegt hat, ist ja eher unwahrscheinlich. Etwas klarer wird das Bild, wenn wir uns anschauen, wo Wispa die Vorlage geändert hat. Zunächst einmal ist auffällig, dass, wie ja auch schon in der Ankündigung vom Diff bemerkt wurde, Wispa den Film der Handlung im Kern erhalten hat und zwar nicht nur im Groben. Er hat sich teilweise sehr genau an den Ablauf der Ereignisse im Roman gehalten und das bis hinunter in Details der Dialoge. Dennoch gibt es auch große Unterschiede zum Roman. Wispa opfert das Exotische der historischen Erzählung aus dem 17. Jahrhundert, indem er die Handlung in die Jetztzeit versetzt und aus dem Pastor einen Arzt macht. Bleibt aber seinem Hang für das allegorische Treu, indem er die Handlung in eine sich wiederholende Rahmung einfasst. Der Film endet, wie er beginnt, nämlich mit der Ankunft eines neuen Arztes auf der Insel. Zwar gibt es den Aspekt des Seriellen auch im Roman, dort hat Barbara bereits zwei Ehemänner hinter sich, als die Handlung anfängt, aber im Film hat diese Rahmung eine stärker distanzierende Wirkung. Die Rahmung verschiebt sich so von der Handlung in die Darstellungsebene und erhält dadurch größere Bedeutung. Auffällig ist, dass beides in den zeitgenössischen Kritiken keine Rolle spielt. Viele der Kritiker machen zwischen der Romanvorlage und dem Film gar keinen Unterschied und die Rahmung der Handlung als Episode wird gerade mal von zwei Autoren am Rande erwähnt. Ebenfalls unerwähnt bleibt, dass Wispa Jakobsens Geschichte der Barbara, die zwischen Anstand und Lust hin und her treibt, gleichsam um eine gesellschaftskritische Dimension erweitert und noch viel mehr und zentraleres an der Vorlage ändert. Seine Barbara ist nämlich keine Nymphomanin, jedenfalls nicht über die offenbar auf sie projizierten Fantasien der Inselbewohner hinaus. In den Passagen im Roman, in denen sie sich hingibt, ist sie im Film standhaft. Sie ist kokett und ihr eigentliches Vergehen ist kein Mangel an Moral, sondern scheint daran zu bestehen, dass sie sich der Bevormundung und den Annäherungen durch die Männer der Insel lange Zeit widersetzt. Wispa thematisiert und problematisiert hier vielleicht unbewusst die Überblendung zweier Motive, die in den Emanzipationsdiskursen der 60er Jahre gerne vermischt wurden, nämlich das Bedürfnis junger Frauen nach individueller Freiheit und Machtteilhabe und die Zurückweisung dieser Ansprüche durch deren Diffamierung als pathologische Triebhaftigkeit und das wird in dieser Form erst durch die Verlagerung der Handlung in die 50er Jahre möglich. Allerdings muss bezweifelt werden, dass Wispa dies in einem dezidiert feministischen Sendungsbewusstsein tut und er hat mit der Rede von Barbara als Teufelsweib von den Inseln, ist ein Zitat von ihm, eher eine gegenteilige Interpretation Vorschub geleistet. Vielmehr radikalisiert er hier einen dramaturgischen Effekt, den bereits Jakobsen im Roman anlegte. Er stellt die Barbara so lange wie möglich, länger als Jakobsen, als unschuldig dar und nimmt sie gegen die Anfeindung ihrer Umwelt in Schutz. Damit opfert Wispa aber die Vollständigkeit der Figur einem ziemlich kurzsichtigen Effekt und verliert einen Teil ihrer Vielschichtigkeit, beziehungsweise er hofft offenbar, dass Barbara dadurch gerechter und begehrenswerter wird, aber die Rechnung geht so nicht ganz richtig, geht nicht so richtig auf. Der Reiz des Romans liegt ja gerade daran, dass man Barbara ab einem bestimmten Punkt wieder besseres Wissen ihrer Unschuld glaubt. Der Zugewinn an Lauterkeit macht die Barbara auch ein wenig fade. Die Ungerechtigkeit, die ihr widerfährt, wiegt den Verlust an Geheimnis und erotischem Risk nicht auf. Dennoch liegt hier vielleicht auch die Ursache für die Kritik an der Unmoral des Films, die aus der Handlung ausschließlich in die Fantasien der Inselbewohner verlagerte Unkeuschheit, erscheint so in einem eigenartigen Ungleichgewicht die Inselbewohner als in dieser Hinsicht übermäßig gehässig und eben wirklich sexfixiert. Wispas Ansatz ist also schwierig, hat aber auch interessante Nebenwirkungen. So relativiert er erfolgreich die biologistische Tendenz der Vorlage, rehabilitiert die Protagonistin teilweise und zeigt damit deutlicher als der Roman, wie sehr die Diffamierung der selbstbestimmten Barbara eine Funktion der Machtverhältnisse auf der Insel ist. Barbara wird sozusagen auch durch die in der Insel-Situation noch konfliktreicheren patriarchalischen Strukturen in den Ehebruch getrieben. Ihre Triebhaftigkeit erscheint dann nicht mehr als Ursache, sondern als eine Art Konfliktlösungsstrategie in einer Krisensituation. Man kann also sagen, dass an die Stelle des Konflikts zwischen Trieb und Treue in Jakobsens Roman bei Wispa ein Konflikt zwischen dem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben und der Forderung einer moralisch indifferenten Gesellschaft nach Unterordnung tritt. Und so gesehen hatte der Film in den 60er Jahren für das jüngere Publikum einen gewissen Reiz und funktioniert auch heute noch. Barbara widersetzt sich der Rolle, die ihr zugewiesen wird. Sie kann das Patriarchat nicht abschaffen, aber sie bestimmt ein wenig die Bedingungen, unter denen sie sich unterwerfen lässt. Barbara ist auch eine Art Heimatfilm, aber in der wisparschen Perspektive, der kritischen Perspektive des Heimatlosen, des Verdrängten, der sich nie unterordnen wollte. Wispa reizt die Energie der Inselgemeinschaft und er zeigt beängstigend präzise, mit welcher Kälte die Beengung durch die Bewohner selbstständig neu erzeugt wird. Eine schreckliche Heimat, in der es Verständnis und Anerkennung nur im Tausch gegen Unterordnung und Selbstverleugnung gibt. Vielleicht wollte Wispa mit in seiner Barbara einen Ausweg aus diesem Dilemma sehen. So viel dazu zum Film. Ich hoffe, das hilft Ihnen so ein bisschen, den Film gut zu finden. Ansonsten ist der ganz schön, finde ich jedenfalls. Also gefällt mir ganz gut. Auch ganz schön gefilmt auf jeden Fall. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.